ich warte es war bis ich den marktplatz upgraden kann der ist wichtiger als das gardhaus das gardhaus kann sich einigermaßen verteidigen ja jetzt kann ich den marktplatz upgraden ah schon wieder ein drache Okay, der Drache da, der könnte wieder lästiger werden. Aber zum Glück kommt da ja gerade schon eine ganze Truppe und wir kämpfen. So, der Drache ist weg. Das ist gut. Hä, was war hier unten? Oh! Da... Ah! Er hat jetzt die Knoppen eingeladen. Das könnte jetzt hässlich werden gegen den Zyklopen. Oh, der ist blind. Aber zum Glück ist er alleine. Und zum Glück scheint, dass er auf die Warrior-Gelde gerade abgesehen zu haben, als auf die Helden, die ihn hauen. Gleich zwei Level-Ups dadurch, dass er ihn einmal geschlagen hat. Okay, die greifen von selber das Sphere of Power an. Soll mich jetzt nicht weiter stören. Die Wache ist schon Level 9, das ist auch krass. Deswegen ist die so scheiße stark. Das habe ich mir fast gedacht, dass da Gegner rauskommen. Und das da unten ist zum Glück nur eine Ratte. Du hast managed to destroy of Braves Fires Tights. Du musst destroy 6 mehr. Ja. Gegen was auch immer. Sie gerade kämpfen teilweise. Da kommt eine Horde Zombies. Die sind aber nicht so schlimm. Als nächstes muss ich gucken, dass ich das Ding abgewälde. So, abgewäldern. Warum läuft der Schwertkämpfer vor den Untoten weg? Sagen wir mal so, verteidigen kann ich mich gerade recht gut. Was? Was ist das? 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 So, das Gartos noch upgraden. In dem Namen der Sovereine. Ich serve mit Flegung. Das ist der Sovereine. 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 Du bist gleich auch wieder tot. Das ist auch nicht so toll. Das ist der Sovereine. Ich brauche mir bitte das Dwarfen-Settlement mal auf. Ich brauche Zwerge hier. Meine bärtigen Brüder, die kriegen das schon irgendwie hin. Da kann ich auch mal unseren Zwergenfreunden hier hi-ho sagen. So, erforschen wir auch gleich mal in der Spiele. So, jetzt kann ich Ballista-Türme bauen, das ist sehr schön. Wir haben Visitors, ach, einen Wager. Ich hab' dich geholfen, Your Majesty. Halt! Ah, da kann ich ihn nicht hinbauen, dann baue ich ihn halt da hin. Majesty, der lokalen Blacksmith offert neue Services. Weiß ich, dass sie fast leer ist. Ein Inn wäre aber eigentlich auch nicht verkehrt. Ein Inn und eine Statue. Ich werde auf jeden Fall hier noch Ballista-Tower dann hinbauen. So, jetzt haben wir erstmal hier irgendwo... ...hier ein Inn hinbauen. So, das ist unser erster Ballista-Turm. ...teleportations-Ambulette für Helden. So, ein weiterer Zwerg. Und bessere Rüstung. Die Statue können wir auch bauen. Hier in die sichere Mitte. Dann brauchen wir... Ach, wir sind schon voll. Sehr gut. Jetzt noch ein Ballista-Turm hierhin. Und dann sollte... ...hier ist der zweite Reich-Fair-Site. Obtain its Shard and send your heroes to fight and destroy... ...it's Shard and send your heroes to... Obtain its Shard and send your heroes to fight and destroy. An unwelcome guess. Wir haben wieder einen vollen Barbaren verloren. Die sind zum Glück nicht so schwach. So, ich wollte hier einen Ballista-Turm errichten. Um den Friedhof noch abzudecken. Da sichert unsere Zwerge-Gilter ab. Das heißt, wir brauchen hier oben noch irgendwo einen Ballista-Turm. Und dann sind wir gut gesichert eigentlich. Also hier, wo die gerade fighten. Ah, sehr schön. Die Leute graden ihre Waffen ab. Und dann werde ich mal hier unten die beiden... ...Spawn-Punkte erstmal auslöschen. Bevor ich mich um weitere Sphären kümmere. Oh, wir haben zwei... ...Wir haben ja verloren. Das ist aber auch nicht schön. So. Hier noch ein Ballista-Turm und dann war's das mal mit dem Ballista-Turm. Da kauft sich eine Heil-Potions. So. Einmal noch ein Markthack. Oh, wir kriegen einen Haufen Geld rein. Das ist gut. Das heißt, wir können hier die Teleportations-Ambulette noch erforschen. Oh, Mann. Wo kommst du denn bitte jetzt schon wieder her? Halt wieder auf die Zwerggilde, Alter. Das soll mir gerade recht sein. Da kann der Zwerg hier leveln. Hm. So, ich mache mal einen Reward von 1000 hier auf die World Keep. Zwerg gegen Skelett. Unser Zwerg hat... verliert gerade, oder was? Nein. Zwerg gewinnt. Und... Er reicht gleich level 4. Der ist wirklich nicht gerade sehr gut im Treffen, hä? Hand in Hand Skill. Na, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht im Hand in Hand. Man merkt, die Ballister-Türme sind auf jeden Fall einige stärker als die Garthäuser. So, haben aber halt keinen, ähm, kein Wachposten. Und sie brauchen einen Dwarvenzettel, um gebaut zu werden. So, Zwergen-Power hat gerade das Ding eingerissen. Sehr gut. Der Ballister-Türme ist der Ballister-Türme ist der Ballister-Türme. Der Ballister-Türme steht noch. Erforscht haben wir eigentlich auch mittlerweile alles. Na, kommt. Schöpfe an den Ballister-Türme ist der Ballister-Türme ist der Ballister-Türme. Und... ... Untertitelung des ZDF, 2020